Belgien hat den Ruf, das langweiligste Land der Welt zu sein. Ausschließlich bewohnt von freundlichen Menschen, die Muscheln mit Pommes und Mayonnaise essen und Schweizer Schokolade produzieren. Um eine lange Geschichte mit einigen Schnitten zu verkürzen, was nötig ist, wenn Sie wirklich verstehen wollen, warum die ehemals viertstärkste Weltmacht nun nahe daran ist, in wirklich sehr kleine, beschissene Stückchen zerteilt zu werden, Belgien ist definitiv total und völlig langweilig. Langweilig? Belgien? Wir haben Beweise, dass dies nichts als ein unfähiges Vorurteil ist. Nun, Belgien ist das seltsamste Land der Welt. Zuerst haben Sie in Belgien das einzige Kulturdenkmal, das 20 cm groß ist und vor Ihren Augen püsst. Sie haben den einzigen Premierminister, der, wenn man ihn bittet, die Nationalhymne zu singen, fälschlicherweise die Französische singt. Sie haben das einzige Wahrzeichen, das gemacht ist aus, ähm, Bällen. Seit über 150 Jahren hat Belgien die besten Experten für das ineffizienteste politische System geschaffen. Während andere Verwaltungen danach streben, ihr Verhältnis zu den Bürgern zu vereinfachen, zeichnet sich Belgien dadurch aus, alles so kompliziert wie möglich zu machen. In drei Landessprachen, Niederländisch, Französisch und Deutsch. Die Belgier haben eine zentrale Regierung. Dann haben sie drei Regionen, jede mit einer eigenen Regierung, die genauso viel Macht hat wie die zentrale Regierung. Das ist eine gute Vorgehensweise, damit nichts läuft in diesem Land. Zum Glück ist die Region um Brüssel das Zentrum des Landes zweisprachig, mit Französisch und Niederländisch. Die flämische Seite spricht Niederländisch, obwohl es auch Verwaltungen für die französischsprachigen Menschen gibt. Hier, hier und hier. Und auch hier und, ähm, ach ja, hier. Und französischsprachige Bürger können Rechtsprechung auf Französisch erhalten im sogenannten BHV-Land, wo eine starke Minderheit Französisch spricht. Wallonien ist ebenfalls ein ausschließlich französisch sprechendes Gebiet. Nun ja, außer hier und hier und auch hier, wo eine deutsch sprechende Minderheit wohnt. Also, um all diese zahlreichen Minderheiten unter einen Hut zu bekommen, haben belgische Wiedlufttechnologen beschlossen, dass drei Regionen nicht ausreichend sind und haben drei zusätzliche Strukturen hinzugefügt, genannt die Gemeinschaften. Es gibt drei Gemeinschaften, Niederländisch, Französisch und Deutsch. Wie der Zentralstaat und wie die Regionen hat jede Gemeinschaft eine Regierung und ein Parlament. Und im Moment ist es so, dass die französische Gemeinschaft kulturelle und soziale Dienste für die französisch sprechenden Bürger in Wallonien und in Brüssel erbringt. Aber sie erbringt keinerlei Dienste für die 300.000 französisch sprechenden Leute in Flandern, weil Flandern einsprachig ist und anderssprachige Niederländisch sprechen müssen. Gottverdomme! Die deutsche Gemeinschaft kann nur in Wallonien agieren, also im französischsprachigen Teil Belgiens, während die niederländische Gemeinschaft in der Brüsseler Region oder in Flandern agiert. Nun sehen Sie, eine französisch sprechende Familie in Brüssel könnte auf die zentrale Regierung angewiesen sein, wenn es um Opas Pension geht. Auf die französische Gemeinschaftenregierung für die Musikschule und die niederländische Gemeinschaftenregierung für die Schule der Kinder, die Brüsseler Regierung für das Müllrecycling und so weiter. Also im Ganzen kann es sein, dass Minister von vier verschiedenen Regierungen für eine Brüsseler Familie arbeiten. Jetzt werden Sie verstehen, warum Belgier nicht miteinander leben können und warum sie nicht ohne einander leben können. Die belgischen Leute sind definitiv ein Wunder von Wiedlof-Technokratie. Entworfen, um alle einfachen Dinge katastrophal kompliziert zu machen. Und es funktioniert. Was bedeutet, dass es nicht funktioniert. Überhaupt nicht. Nun, um ehrlich zu sein, eine Sache vereint die unterschiedlichen Gemeinschaften dieses seltsamen, kleinen, ungezogenen Landes. Sie alle sind sich einig, dass ihr Nationalgericht Pommes sind. Pommes mit Mayonnaise. Friten mit Mayonnaise. Frit à la Mayonnaise. Oh, ich vergaß. Herr van Kornberhe ist ein französischsprachiger Politiker und Herr Bourgeois ein niederländisch sprechender Politiker.